Moin Moin und Herzlich Willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge möchte ich über eine kleine Review sprechen zu unserem ersten Kampf, den wir jetzt im Huric Anthem geführt haben. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein paar unserer Berichte anschauen. Zum einen die von meinen Defendern und zum anderen die von Rio. Dabei wollen wir einfach nur ein bisschen schauen, wie hat Zenobia so abgeschnitten, gegen wen haben wir da so gekämpft. Grundsätzlich ist unser erster Kampf in der Zone gegen 1093 und gegen 1556. 1556 ist beispielsweise eines der größten Kingdoms, die wir überhaupt haben in Rise of Kingdoms. Das heißt, war schon echt ordentlicher Gegner und wir wollen uns einfach ein paar Berichte anschauen und einfach mal gucken, wie stark ist Zenobia mit YSS eigentlich und wie haben wir da so abgeschnitten. Ja wo schon einen der ersten Berichte, die wir hier haben, ist auch direkt wieder von meiner Zenobia gegen Guan Harald. Hierbei muss man sagen, dass in dem Fall auch noch das Gebäude nicht geswarmt wurde. Es wurde halt im Grunde genommen nur durch den Aoe haben wir noch ein bisschen Schaden hier zugefügt, wie wir sehen. Immer wieder ein paar Tote verursacht, das heißt der Trade war so oder so schon richtig gut von meiner Defense. Aber durch die Aoe Geschichte haben wir noch mal deutlich mehr Kills gemacht. Was man auch sagen muss, das Gegnerteam hatte ein paar mehr T4 mit dabei als wir, auch wenn wir anteilig auch eine ähnliche Menge hatten, aber es war auch wieder viel T4 im Spiel. Zu den True Buffs sah es so aus, dass meine Zenobia zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemaxed war, das hat mich später etwas genervt, deswegen habe ich die Spiele noch durchgejammt. Die letzte Stufe, das werden wir auch noch sehen, aber hier sehen wir schon mal, okay, das ist jetzt nur kein kleiner Spieler, das ist ein 160 Millionen Spieler mit auch über 20 Millionen Toten Einheiten. Er hat schon gutes Gear, trotzdem hat ZenobiaWise hier echt richtig gut performt. Was haben wir noch für schöne Berichte? Wir hatten noch so einen schönen Swarm Bericht. Das sieht auch nach einem schicken Bericht aus, ja. Genau, das ist der zweite Bericht, war zu dem Zeitpunkt, meine Zenobia war hier auch noch nicht gemaxed, da waren wir ein bisschen in Zeitung, deswegen habe ich nicht mehr geschafft Support Skills einzustellen. Wie wir sehen, hat die Rallye an sich hier besser performt, 1 gegen 1 gegen mich, es sind auch Archer gegen Infanterie, das heißt im Grunde und klar, wir hatten zwar Schwerverletzte, todetechnisch haben wir gewonnen, aber insgesamt haben wir dieses Ding verloren. Aber wenn wir auf den Aoe schauen, unten drunter, das ist ja das, was auch interessant ist, die Truppen sind ja gesamt verloren worden und hier sehen wir einfach, was für Numbers wir da haben. Selbst bei dem Swarm haben wir dennoch gewonnen und Goodfather hat schon echt richtig starkes Equipment, der hatte hier noch die Trades, wo man sagt, okay gut, wenn man so tradet, dann lohnt sich das eigentlich noch bei einem Gebäude, auch wenn das schon ein bisschen weh tut hier. Aber wir werden noch sehen, hier gibt es auch noch ganz andere Trades wie den hier beispielsweise, wo er insgesamt 156.000 tote Einheiten hat. Das heißt grundsätzlich, flaggentechnisch waren wir hier ganz gut unterwegs, das geht auch noch so weiter hier, wir sehen, okay, jetzt gab es ein paar Event Trades fast, weil die nicht im Aoe standen, alle die halt vorne im Aoe standen, hatten richtig viele tote Einheiten, manche die gerefresht haben, haben auch nur ein paar Attacks abgekriegt. Es war eigentlich ein richtig geiler Fight, den wir da hatten, hier haben wir auch noch ein Fight von Ryo einmal, ja das war nur ein kurzer, den brauchen wir uns nicht groß anschauen, das war nur ein kleiner Swarm. Gucken, ob wir noch einen anderen finden, der ganz cool war. Der sieht auch ganz schick aus eigentlich, der war auch ohne Swarm, das heißt 1 gegen 1, die Arturally von vorhin, gegen meine Zenobia, die mittlerweile aber auch gemaxed ist. Da habe ich den letzten Skill fertig gemacht und wie wir sehen, ist da der Trade richtig gut. Wir haben insgesamt 930.000 Einheiten, die tot oder schwer verletzt sind und dagegen fast 1,3 Millionen Truppen. Hierzu muss man sagen, dass natürlich anteilig auch wieder hier über 200.000, aber eher so 400.000, T4 gestorbenen 53.000, bei uns ähnlich viel, das sieht man an der Power hier oben, da die Numbers ja nicht übereinstimmen. Aber generell kann man sagen, dass Zenobia und YSS hier gegen 1556 einen riesen Job gemacht hat. Im Openfield sah das natürlich nicht ganz so gut aus, muss man ehrlich sagen, da die einfach ganz andere Anzahl an Spielern hatten. Gerade zu unserer Downtime wurde das dann immer weniger, wir haben hier noch relativ lang gekämpft, mittlerweile haben sie uns ja zurückgepusht. Aber wir haben relativ viel mit unserer Murderball-Taktik aufhalten können, da sie deutlich mehr Numbers hatten und die Spiele auch power-wise überlegend waren. Im Longrun hatten wir da einige Nachzeile. Daher haben wir mit einer Murderball gespielt und haben dementsprechend doch noch relativ viel Pressure von uns nehmen können und lange halten können. Was diesen Murderball so interessant macht und wie ihr diesen Countern könnt, wenn ihr auf solchen trefft, das schauen wir uns im nächsten Video an. So werter Freunde, das war hier meine erste Preview zu unserem ersten Battle. Sollt ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Video haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.